Woche Nummer 4 in unserer Predigt-Serie Richtig Beten, Vater Unser, das schauen wir an. Und wir machen das ja nicht nur sonntags, sondern parallel zu unserer Predigt-Serie machen wir ja gerade einen Gebetskurs. Und mit dem Material, das kannst du alleine angucken, das kannst du zu zweit anschauen oder auch Teil von einer Gruppe werden. Das sind zwölf Gruppen, glaube ich, gerade am Laufen. Das ist mega und ich dachte, ich frage mal rein, wer hat sich den Gebetskurs mal angeschaut? Wer ist Teil von einer Gruppe? Ja, hört sich richtig, sieht mal richtig gut aus. Sehr gut, ja, ich glaube, es ist wertvoll, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von diesen wertvollen Perspektiven, sei das über die Predigten oder auch über diesen Gebetskurs, den wir für unser eigenes Leben und für unser Glaubens- und Gebetsleben erhalten. Wenn ich an eine Sache denken müsste gerade, dann merke ich, wie sensibilisiert ich wieder neu geworden bin, dass ich nicht mit meinen Wünschen und Ideen und Vorstellungen immer brav zu Gott komme, sondern wie ich herausgefordert war, zu sagen, hey, was sind denn seine Ideen, seine Vorstellungen, seine Wünsche und das mit hineinzunehmen in meine Welt, in meine Verantwortungsbereiche und diese Dinge dort hineinzubeten. Das war so einer meiner Paradigmenwechsel, wieder neu sensibel zu werden für diese Sachen und ich weiß nicht, wo du wieder neu sensibel geworden bist, für welche Sache. Überleg doch mal kurz, was war so diese Sache oder wie hat sich vielleicht sogar dein Gebetsleben verändert in den letzten drei, vier Wochen? Ich hoffe, es passiert was unter uns. Und das Gute ist, wir haben noch ein paar Wochen vor uns, wir haben noch ein ganzes Leben vor uns mit Jesus und wir dürfen wachsen. Ich glaube, das ist auch diese schöne Nachricht vom Vaterunser, dass wir wachsen dürfen, so wie wir das bei den Jüngern erlebt haben, die einfach gewachsen sind in ihrem Gebetsleben. Ich meine, was die erlebt haben dann später, war ja gigantisch und genauso können wir auch wachsen. Und dieses Wachstum der Jünger, das begann mit dieser wichtigen Bitte an Jesus, mit dieser Frage, wo sie gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Irgendwas scheint da zu passieren, wenn du betest. Das scheint Einfluss auf dein Leben zu haben. Und Jesus hat gesagt, hey, das mache ich total gern, ich bringe es euch gerne bei. Und er hat mit dem Vaterunser geantwortet. Und das Vaterunser, das wissen wir, das ist ja keine religiöse Formel irgendwie, zum auswendig lernen, in der Not schnell das Vaterunser greifen, sondern Jesus gibt hier uns ein Muster, ein Ausgangspunkt, ein Paradigma für unser Gebet. Und ich fand es auch nochmal spannend, vielleicht das nur ganz kurz, dass vor dem Vaterunser, da steht so eine tolle Perspektive oder so ein Wissen, so eine Überzeugung, mit der wir auch in dieses Muster hineinbeten können. Und da steht dieser gigantische Satz, dass unser Vater schon genau weiß, was du und ich, was wir brauchen, bevor wir überhaupt anfangen zu beten. Und ich finde es einfach nur, wow, was für einen genialen Vater haben wir. Und so beginnt Jesus auch das Vaterunser tatsächlich mit, unser Vater im Himmel. Und das ist so wichtig, denn alles beginnt mit dem Vater. So haben wir das vor zwei Wochen festgestellt. Und da haben wir gesehen, hey, unser Vater ist liebevoll, er verändert sich nicht und er kann tatsächlich alles. Nichts, was er nicht kann. Und dieser Vater schenkt uns unsere Identität, dieser Vater ist unsere Quelle geworden. Und er ermöglicht uns jetzt auch aus seiner Perspektive unsere Situation und die Welt zu sehen. Und dann sind wir weitergegangen und haben gesagt, hey, dein Name werde geheiligt. Das ist ja die erste Bitte im Vaterunser. Und was es zuerst bedeutet, ist tatsächlich die Absicht Gottes, dass seine Herrlichkeit offenbar werden soll. Und das Zweite ist, dass unser Lebensziel sich an dem auch ausrichtet. Und dass Jesus für uns im Zentrum steht und alles sich in unserem Leben drum dreht, um den Vater wirklich zu offenbaren. Und dann, das war vor zwei Wochen, dann sind wir letzte Woche eingestiegen, in diese kurze Zeile, dein Reich komme. Und gemeint ist das Reich Gottes, in dem Jesus der König ist. Und wir wissen, das hat keine geografischen Grenzen. Das ist nicht limitiert, wie beim König Charles oder anderen Leuten, sondern es breitet sich aus überall dort, wo Jesus König ist. Da hat dieses Reich Einfluss. Und es ist so spannend, dass Jesus, wenn ihr in die Bibel mal reinguckt und mal euren Marker hernimmt und überall das markieren würde, wo redet Jesus über das Reich Gottes, dann würden wir feststellen, das war sein absolutes Lieblingsthema. Er hat wie kein anderes Thema über das Reich Gottes gesprochen. Und er hat auch gesagt, dass es nicht irgendwann kommt. Nicht irgendwann, sondern er hat gesagt, es ist jetzt schon da. Es ist gekommen mit ihm als Person. Und das Wichtige ist auch noch, es ist in uns. Es ist zuerst in uns, wenn wir sagen, ja, Jesus, du bist der König meines Lebens. Und dann nehmen wir dieses Reich mit in unsere Welt und bringen den Einfluss Gottes dahin. Und dürfen es wachsen lassen. Wenn wir an die ganzen Reich-Gottes-Gleichnisse denken, das Reich Gottes wächst. Und das Böse darf zurückgedrängt werden. Und auch wir dürfen in diesem Verständnis, und das ist auch Teil dieses Gebets, wenn wir beten, dein Reich komme, dass wir auch einfach mit dieser Perspektive werden, ja, ich möchte es noch mehr verstehen, ich möchte es noch mehr empfangen, ich möchte noch mehr das durchdringen, was es bedeutet. Und ich habe so eine Feststellung gemacht. Und die Feststellung ist, dass Menschen, die beten, Menschen, die regelmäßig und viel beten, die haben in der Regel ein größeres Reich Gottesverständnis als andere. Das ist nur so meine Beobachtung. Vielleicht teilst du das auch. Und ich finde es absolut bemerkenswert, wenn wir da am Anfang gerade reinschauen, in die letzten Wochen, was da passiert ist, wie das Vaterunser, die ersten Zeilen in unser Leben, in unsere Identität hineingesprochen haben. Und vielleicht da zwei Dinge noch mal kurz zum Festhalten, und dann gehen wir weiter in die heutige Botschaft. Wo es da heißt, wenn wir sagen, unser Vater, dann sagen wir, hey, ich bin Teil von Gottes Familie. Und alles Leben dreht sich um die Herrlichkeit des Vaters. Und das Zweite ist, dein Reich komme. Wisst ihr, was da passiert, wenn wir das beten, dann sagen wir, ich bin Bürger dieses Himmels. Ich bin Bürger deines Reiches. Und ich möchte es repräsentieren und dafür leben. Und vielleicht, da geht es ja nicht um irgendwie, wir übernehmen jetzt Stuttgart und übernehmen die Welt. Das ist überhaupt nicht Trump-vialistisch. Wie heißt das Wort? Sondern es ist Trump-vialistisch. Das ist nicht die Idee. Aber wir wollen, so wie der Christoph das vorher gebetet hat, Gerechtigkeit, Frieden und Freude in unsere Welt hinein. Bringen. Gut. Das war die zweite Bitte. Dein Reich komme. Die dritte Bitte, wisst ihr schon? Da heißt es, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. So heißt es in der NGU. Also dein Wille geschehe. Das ist das Thema heute. Und worum geht es da? Es geht darum, Ja zu sagen. Es geht einfach darum, Ja zu sagen. Zu dem, was Gott will. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn du das mitnimmst. Es geht darum, Ja zu sagen. Das ist mein Ziel. Und ich möchte euch jetzt da auf eine kleine Reise mitnehmen, weil was bedeutet es überhaupt, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Was ist eigentlich der Wille Gottes? Wir haben ja so ein grad praktisches Beispiel gehabt. Wie finden wir denn jetzt raus, was der Wille Gottes ist? Und vielleicht dann ein paar Hinweise über den Willen Gottes, weil es nicht den einen Willen Gottes gibt, sondern unterschiedliche Arten und Ebenen von seinem Willen. Und ich möchte euch da einfach mal in drei Ebenen hineinnehmen. Die erste Ebene seines Willens ist der absolute Wille Gottes. Könnt ihr auch sagen, souveräne Wille, sein Schöpfungswille. Wisst ihr, dass wir hier sind und diese wunderbare Schöpfung genießen, dass es an ihm liegt? Das war sein Wille. Nach seinem Willen hat er alles geschaffen. Wisst ihr, was noch sein Wille war? Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, heißt es im Epheser, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Von allem Anfang an. Beschlossen, etwas mit uns zu tun. Und wir wissen, Offenbarung 21, dass sie es hier, ich mache alles neu. Schöpfungswille, das wird passieren. Das ist die eine Ebene. Da gibt es noch eine andere Ebene. Das ist der grundsätzliche Wille Gottes. Könnt ihr auch sagen, der Heilswille. Drückst du mal drauf, dann sieht man das. Gott hat einen Herzenswunsch. Sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein großer Herzenswunsch. Und er will, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Er möchte sogar, dass du und ich, dass wir ein vorbildliches Leben führen. Dass wir uns an ihm orientieren. Das ist, was er sich wünscht. Er möchte, dass wir in jeder Lage dankbar sind. Das ist sein grundsätzlicher Wille. Ich denke, so eine dritte Ebene. Das ist sein individueller Wille oder der individuelle Wille Gottes. Sprich, für uns persönlich. Und ich finde es so spannend, wenn man da auch die Bibel durchliest, hier wie Paulus sagt, hey, da hat er mich berufen. Und hat er mir einen Auftrag gegeben, was zu tun. Und er führt uns in gewisse Situationen hinein. Guckt mal die Menschen in der Bibel an, wie Gott da individuell einen Willen hatte für ihr Leben. Er hat gute Werke für uns vorbereitet. Und wenn wir da jetzt mal so einen Strich reinziehen zwischen eins und zwei. Absolut bedeutet, dass es geschehen wird. Ob wir wollen oder nicht. Das wird geschehen. Und grundsätzlich individuell bedeutet, dass wir diesen Willen annehmen und leben oder ablehnen und unser Leben leben können. Das ist die Möglichkeit. Unser freier Wille. Der kommt ja da dazu. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann lädt uns dieses Vater unser Gebet ein und fordert uns heraus, erst mal über den Willen Gottes nachzudenken. Was ist der Wille Gottes? Und anzufangen, ihn zu leben. Es geht darum, Ja zu sagen. Es geht darum, Ja zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist ja nicht leichter. Nichts Leichteres gibt es als das, oder? Ja, und ich habe mir da mal überlegt, wie ist denn das bei mir? Hand aufs Herz, gell? Wenn ich so mein Gebetsleben anschaue, was mich geprägt hat, dann merke ich immer wieder, diese Das würde mich glücklich machen, Wunschliste, die ist so prominent in meinem Leben, inklusive täglich Brot, vergib mir meine Schuld, führe mich nicht in Versuchung und das kommt ja noch. Keine Sorge, das ist nicht schlecht. Doch zuerst geht es darum, Ja zu sagen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich habe Haltungen und Lügen entdeckt, die mich und andere Menschen abhalten, nach dem Willen Gottes zu leben, dem Willen Gottes zu folgen. Und ich möchte euch ein paar einfach nennen, drei Stück habe ich mal und die kurz erläutern. Was hält uns ab, den Willen Gottes zu leben? Und die erste Haltung, die wir einnehmen können, und ich weiß, ich habe mir überlegt, das ist ein hartes Wort. Aber so ist es. Die erste Haltung ist Rebellion. Die erste Haltung, die wir haben können gegenüber dem Willen Gottes, ist Rebellion. Das ist ganz einfach. Oder ein anderes Wort, wäre Widerstand. das ist genau das. Und wir würden sagen, zu Gottes Willen, nein, will ich nicht. Schön, dass du das willst. Nee, mache ich nicht. Und was passiert hier? Seine Wünsche oder meine Wünsche sind wichtiger als seine Wünsche. Ich sage, ich will diesen Lebensstil leben, diese Beziehungen behalten, mich diesen Versuchungen hingeben, nicht vergeben und mich versöhnen. Ich will lieber mein Geld behalten und so weiter. Ich will lieber meine Sachen machen, und das, was ich als richtig empfinde, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche das. Und so ein prominentes Beispiel, ohne in der Tiefe einzutauchen, wäre Jonah. Oder? Jonah kriegt den Anruf von Gott und er nimmt den Hörer ab und Gott sagt, geh nach Nineveh und was sagt Jonah? Alles klar, Gott? Nein, danke. Ich gehe darüber. Und das mag vielleicht ein extremes Beispiel sein, aber wie wiederholt sich dieses Beispiel auch in unserem Leben, wo wir sagen, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Und ich weiß nicht, wann euch sonst ich will, ich will begegnet. Ich merke das manchmal von Menschen, die so groß sind. Das auch, ich will, ich will, ich will, ich will. Was sind die unreif? Sie haben keine größere Perspektive. und manchmal fallen wir so in das wieder so zurück. Ich will. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Frage, die wir uns stellen können. In welchen Bereichen meines Lebens, in welchen Bereichen von deinem Leben bist du versucht, Gott zu sagen, danke Gott, aber ich will es nicht. Die zweite Haltung, auch ein Hammerwort, Abneigung. Wir sagen zu Gottes Willen, muss das sein? Warum lässt du das zu? Oder das, das mache ich nicht mit, nur wenn es unbedingt sein muss, dann. Aber im Prinzip ist ja das gleiche wie Rebellion, weil wir nicht mit seinem Willen übereinstimmen, wir sagen es nur netter. Wenn es sein muss, dann mache ich das. Aber innerlich haben wir uns da verabschiedet, eigentlich genau das zu machen. Und ich, ich fand so ein super Beispiel in der Bibel bei der Gefangennahme von Jesus. Da ist ja Petrus mit dabei und ich weiß nicht, wie der an dieses Ding rangekommen ist, aber der hatte ein Schwert dabei. Im Garten. Unkraut jeden? Nee. Ich weiß nicht, warum der ein Schwert dabei hatte. Und dann plötzlich kommen die Diener und die Soldaten vom Tempel und wollen Jesus festnehmen und er zückt das Schwert. Und er geht auf den einen Diener ein und er hackt ihm das Ohr ab. Und so wurde es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, Jesus hat in dem Moment, hätte er sagen können, sag mal, Petrus, spinnst du? Hast du noch alle? Was machst du hier? Junge, steck das Schwert weg. Willst du denn nicht, dass ich den Kelch von meinem Vater trinke? Was ist denn mit dir los? Und ich kenne, okay, sorry. Ich mache das. Eigentlich finde ich es nicht gut. Eigentlich würde ich jetzt lieber, aber ich mache das, Jesus, weil du es gesagt hast. Und ich finde diese Szene so erstaunlich, weil es ist nicht lange her gewesen, dass Petrus und Jesus ein Vier-Augen-Gespräch hatten. Da hat Jesus das erste Mal sein Leiden angekündigt. Und dann kam Petrus und sagt, das gibt es nicht, das wird nicht passieren mit mir. Du sollst nicht leiden, du wirst nie in die Hände von denen kommen. Und dann nimmt ihn Jesus zur Seite und redet ihn auch richtig heftig an und sagt, weiche von mir, Satan. Das, was du hier raushaust, ist nicht von Gott. Das ist was Menschliches, das ist dein Wunsch, das, was du gerne haben möchtest. Und das ist die Herausforderung, die wir auch haben, die auch Petrus, der sich auch Petrus gegenübergestanden ist, weil die Frage von Petrus war, vertraue ich dem Plan Gottes, vertraue ich dem Willen des Vaters oder mache ich das nicht, will ich den eigentlich nicht haben. Und er hat menschlich reagiert und ich habe mich auch gefragt, als ich das so gelesen habe, wie reagiere ich denn innerlich auch in Situationen, in denen ich mich plötzlich wiederfinde, die nicht auf meiner Wunschliste stehen und ich bin trotzdem drin. Und was macht es mit mir? Vertraue ich dann trotzdem auf den Willen des Vaters oder verzweifle ich, bin ich mürrisch, wie auch immer, was man da sein kann, oder habe ich egal, was um mich herum passiert, trotzdem dieses, dieses tiefe Überzeugung, ich weiß, dass der Vater das Beste für mich will. Es gibt noch eine dritte Haltung. Oh, die habe ich, die habe ich tatsächlich öfters. Das ist die ungesunde Unabhängigkeit. Wir sagen zu Gottes Willen, danke, Herr, aber ich mache es lieber selbst oder ich brauche deinen Willen nicht. Ein anderes Wort für ungesunde Unabhängigkeit wäre eigentlich Ignoranz oder Gleichgültigkeit. Ja, wir suchen den Willen Gottes nicht mal. Warum? Weil er uns nicht wichtig ist. Weil wir denken, wir wissen es selber. Und ich habe mich gefragt, wie oft habe ich schon richtig gute Dinge in meinem Leben verpasst, weil ich einfach dachte, Basti ist schlauer als Gott. Ich muss gar nicht fragen. Und wisst ihr, was die Herausforderung da ist? Das ist unser Stolz. Das ist unser Stolz. Das ist die Haltung, die den Willen Gottes aus unserem Leben schön draußen hält, weil wir denken, nee, 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 wir wissen es doch selber. Ja, und das ist auch eine Frage in uns, in welchen Bereichen unseres Lebens versuchen wir es selber in die Hand zu nehmen. Was haben wir da für eine Neigung? Lassen wir den Willen Gottes zu in unserem Job oder in unserer Familie, in unserer Ehe, in unseren Beziehungen? Fragen wir da wirklich her, was willst du? Oder denken wir, wir wissen es? Genau, diese drei, Rebellion, Abneigung und gesunde Unabhängigkeit. und alle diese drei Haltungen, da merke ich, da ist ein unzureichendes Bild von Gott da. Da ist ein Gottesbild, was nicht stimmt. Und ich glaube, und das ist diese Spannung, wenn wir wissen, wer Gott ist, wenn wir es wirklich wissen, ich glaube, dann wird es uns auch viel einfacher fallen, zu sagen, dein Wille geschehe, wir vertrauen dir. Das ist so das eine und das andere ist, dass wenn wir uns darauf einlassen, auf seinen Willen, dass wir dann erkennen, wer er ist. Versteht ihr das Dilemma? So Hühner oder Huhn oder Ei, mit was fangen wir denn jetzt an? Und ich möchte euch einladen, einfach auszuprobieren, den Willen Gottes auszuprobieren, diesen Schritt zu gehen und zu erleben, wie er wirklich ist, weil er ist absolut gut. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Doch oft ist es mein, mein, mein. Zumindest bei mir. Und die Frage war für mich, die ich mir gestellt habe, wie komme ich aus dieser Egoismusfalle raus, wo es nur um mich geht. Und ich glaube, wir müssen jemand anders anschauen als uns selbst. Ich glaube, wir müssen denjenigen anschauen, der uns dieses Gebet gelehrt hat. Wir müssen Jesus anschauen. Weil Jesus hat das Vaterunser nicht uns einfach nur weitergegeben, sondern er hat es gelebt. Und ich finde es so spannend, wie er einmal zu seinen Jüngern sagt, und hört mal zu, was er da sagt, meine Nahrung ist, sagt er, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollendet, das mir aufgetragen ist. ich weiß nicht, also dieser Vers hat mich unglaublich angesprochen, meine Nahrung ist es, die Quelle, aus der ich lebe, ist, das, was für mich das Leben ausmacht, ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, der mich geschaffen hat. und ich finde es so ein unglaublicher Vers und ich möchte das tun, um in dem wirklich zu leben, wozu ich bestimmt bin. Und deshalb war das Selbstverständnis auch von Jesus, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sagt Jesus, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und Jesus lebte nicht unabhängig, sondern er sagt, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Hört euch mal das an, der Sohn Gottes sagt das. Von mir aus kann ich nichts selber tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater und mein Urteil ist gerecht und jetzt kommt es, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um dessen Willen, der mich gesandt hat. Hört ihr das raus, wie Jesus das lebt, nicht unabhängig zu sein. Und auch keine Spur von Rebellion und Abneigung. Jesus wusste ja, was auf ihn wartet. Und dann heißt es trotzdem mal in Lukas 9, 51, als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückgehen sollte, machte er sich ablehnend, zaghaft, widerwillig, ne, es steht hier nicht, er machte sich fest entschlossen auf, den Willen dessen zu tun. Ging nach Jerusalem, entschlossen. Und ich habe mich so mal gefragt, wie weit war Jesus bereit, den Willen Gottes zu tun? Wie weit? Was hat er denn alles auf sich genommen? Und ich möchte euch am Ende von der Predigt in die ultimative Prüfung, die ultimative Prüfung von Jesus mit hineinnehmen. Jesus wusste, was ihn in Jerusalem eines Tages erwarten wird. Wer wusste das? Doch jetzt, in der Nacht davor, war der Moment gekommen, wo er es nicht nur wusste, sondern er spürte es auch. Und die Szene, die Szene, die spielt im Garten Gethsemane und es wird beschrieben, wie Jesus anfing, traurig und beängstigt zu werden. Und das muss für die Jünger ein ganz krasser Moment gewesen sein. Ich meine, Jesus, bisher, wir kennen dich nur souverän, und wir kennen dich nur aus der Ruhe heraus leben. Und jetzt wirst du traurig, jetzt kriegst du Angst. Dann heißt es, doch jetzt fing es sogar an zu zittern. Vor Entsetzen. Und dann öffnete er sein Herz an den Jüngern und sagte zu ihnen, meine Seele, mein Inneres ist zu Tode betrübt. Ich fühle was, was ich noch nie zuvor gefühlt habe. Und womit war Jesus konfrontiert? Wisst ihr, Jesus wartete nicht nur einfach auf Folter und Tod. In dem Zweitbek, das ist ja das zweitbekannteste Gebet, was wir gerade da eintauchen, nach dem Vaterantwort, da hören wir die Antwort, da sagt, da sagt Jesus, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch nicht an mir vorübergehen. Und für Kelch aus dem Alten Testament sehen wir das, da ist der Zorn Gottes über das Böse der Menschen gemeint. Und dieser Kelch symbolisiert diese göttliche Gerechtigkeit, die über diese Ungerechtigkeit ausgeschüttet wird. Und das ist, ihr müsst euch das vorstellen, Jesus hat bisher in dieser vollkommenen Verbundenheit mit seinem Vater gelebt. Jedes Mal, wenn er im Gebet mit ihm gesprochen hat, wisst ihr, was passiert ist? Liebe, Zuspruch hat ihn überschüttet. Und jetzt sieht er, was passiert. Er sieht den Zorn, er sieht diese Getrenntheit von seinem Vater. Und deshalb reagiert es so. Mit diesem unfassbaren, dieses unfassbare Leid, das auf ihn wartet. Und ich habe mir überlegt, hätte Jesus nicht einfach davonlaufen können? In diesem Moment hätte Jesus einfach nicht sagen können, Stopp, es reicht. Und wisst ihr was? Er hätte es tun können. Er hätte es tun können. Abbruch. Und wisst ihr was? Alle hätten es verstanden. Petrus, alles gut, Jesus. Ich hätte es genauso gemacht. Alle hätten es verstanden. Doch Abbruch war keine Option. Abbruch war keine Option für Jesus. Das einzigste, was Jesus ins Spiel bringt, und das finde ich so interessant, war, seinen Vater danach zu fragen, ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt, die Menschheit und das Universum zu erlösen. mein Vater, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, dann wäre das mein Wunsch, dass es nicht passiert. Aber dann sagt er, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. und ich finde es so spannend hier, dass Jesus die Kontrolle über seinen Lebensumstand und das, was da kommt, abgibt, dass er seine Wünsche dem Willen des Vaters unterwirft. und ich weiß nicht, wie das Gespräch abgelaufen ist, wie der Vater gesagt hat, es tut mir leid, ich will mich nicht von dir trennen, aber es ist die einzige Möglichkeit, es ist die einzige Möglichkeit der Erlösung, ist diesen Kelch zu trinken. Und so sagte Jesus in seiner zweiten Gebetszeit, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann, also wenn das jetzt so ist, und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Was macht Jesus hier? Jesus sagt ja. Jesus sagt ja. Jesus sagt nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und in der dritten Gebetszeit wiederholt Jesus das nochmal und sagt auch wieder ja zu dem, nicht mein, sondern dein. Und als ich das so gelesen habe, fand ich das wichtig festzustellen, dass Jesus seine Wünsche nicht einfach unterdrückt. Jesus kam nicht im Garten, hey, alles gut, kein Problem, habe keine Wünsche, bin vollkommen stumpf. Nee, Jesus hatte Wünsche. Jesus hatte den Wunsch. Bitte nicht. Aber er wusste letztendlich, dass der Wunsch des Vaters, der Wille des Vaters auch sein Wille sein wird. und so tat er, was beide wussten, dass er tun musste. Jesus sagte ja zum Willen des Vaters. Der Wille des Vaters war sein Wille. Und nun, nach dreimal diesem Gebet, war er bereit. Er war voller Liebe zu seinem Vater und wisst ihr was, er war auch voller Liebe zu uns, deshalb hat er das gemacht. Dann ist er zurückgegangen zu seinen Jüngern und hat sie geweckt und sagt, steht auf, die, die mich abholen, die sind hier. Die sind hier. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre mich beten. Damit ich genau so leben kann wie Jesus. Das ist mein Wunsch. Ich weiß nicht, ob es auch deiner ist. Genau so zu leben wie Jesus. Und wisst ihr, als die Jünger kamen, lehre uns beten, hat Jesus gesagt, das mache ich gern. Das mache ich gern. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Bevor wir beten, was jetzt auch noch kommt, gib uns, gib uns, gib uns. Beten wir dein Wille. Dein Wille. Dein Wille. Und das passt ganz gut eigentlich zu diesem original griechischen Urtext, der da steht. Könnte man auch übersetzen. Mit dein Wille geschehe. Er geschehe. Er geschehe. Er geschehe. Er geschehe. Wann hast du zum letzten Mal in deinem Leben gebetet? Dein Wille. Geschehe. Er geschehe. Er geschehe. Was war das für eine Situation? Was ist passiert? Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn wir in diesen ganzen Situationen, wenn wir zu Jesus gehen und sagen, gib mir, vorher anfangen, hirten mit. Dein Wille. Dein Wille. Dein Wille. Lass es in meiner Welt geschehen, wie es in deiner Welt geschieht. Es geht darum, Ja zu sagen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille. Dein Wille. Da.